Willkommen zurück bei Obermatt Aktien investieren. Heute sitze ich vor meinem Haus unter dem wunderschönen Kirschbaum, der gerade in der Blüte ist. Das ist etwas, das ich viel lieber mache, als am Aktienmarkt zu spektulieren. Ich finde den Aktienmarkt sogar richtig langweilig, denn alles, was man dort verdienen kann, muss man jemand anderem wegnehmen. Warum mache ich es trotzdem? Nun, weil ich die Renditen vom Aktienmarkt für meine privaten Investitionen möchte. Deshalb, glaube ich, braucht man auch nicht unglaublich viel Zeit damit zu investieren, sondern man kann einfach die Aktien auswählen, die einem passen. Nun denken viele, das ist ja wahnsinnig. Der kauft Aktien am Aktienmarkt und verbringt nur ganz wenig Zeit mit dem Kauf von Aktien. Ist das wirklich so wahnsinnig? Ich glaube nicht, denn zum gleichen Augenblick kaufen viele professionelle Investoren genau die gleiche Aktie. Und noch wichtiger, viele professionelle Investoren verkaufen die gleiche Aktie. Was soll ich da mehr wissen als alle anderen? Ich bin dankbar, dass die professionellen Investoren sicherstellen, dass der Aktienpreis ungefähr stimmt und dass ich mich nicht darum kümmern muss. Und mein Vorteil, ich verbringe sehr wenig Zeit mit meinen Aktieninvestitionen und habe trotzdem die große Rendite, die an den Aktienmärkten möglich ist. Ich hoffe, Sie sehen das auch so. Dann wünsche ich viel Erfolg mit Ihrem sehr eigenen Investieren. Auf Wiedersehen.